Sieg nach 0 zu 2 Rückstand, dreifacher Schick rettet Bayer vor nächster Blamage. FC Heidenheim gedreht und den mutigen Außenseiter an dem Einstellung verdient mit 5 zu 2 auf selbige Rückfahrt geschickt. Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen hat einen frühen 0 zu 2 Verzug gegen den ersten überragender Handelnde auf dem Spielfeld war Torjäger Patrick Schick. Dabei ist der tschechische Nationalspieler so gut wie schier nicht erste Wahl nebst Bayer-Coach Schabbi Alonso. Durch selbige Verletzung von Stammstürmer Viktor Bonifaz muss Schick hierbei liefern, und tat dasjenige an dem Samstagnachmittag auf eindrucksvolle Betriebsmodus und Weise. Gleich dreimal war es der 28-Jährige, der den Ball im selbige Heidenheimer Maschen buxierte und dadurch sein Mannschaft auf selbige Siegesstraße brachte. 31., 52. und 71. Dass der Polier in dem Einstellung einen so deutlichen Triumph erwirtschaften konnte, war zu Start der Partei nur noch nicht absehbar, in dem Gegenteil. Bayer beginnt druckvoll, Heidenheim macht selbige Tore. Zwar begann selbige Werkself in der heimischen Bay-Arena durchaus druckvoll und dominant, selbige Tore erzielte aber zunächst der Überraschungsachte aus dem Vorjahr. Zunächst war es Ex-O-Nationalspieler Niklas Dorsch, der zusätzlich den Führungstreffer für den Außenseiter jubeln konnte, 10., bevor es für selbige Werkself selbst noch dicker kam, in der 21. Minute schauten Granit-Chaker und Jonathan Tarr schon zu, denn Heidenheim-Neuzugang Matthias Honsack durch den Strafraum dribbelte. Aus zentraler Betrachtungsweise abschloss und Keeper Lukas Hadecki keine Möglichkeit ließ. Danach machte der Polier ernst, fuhr Aggression aufgrund dessen Aggression aufs Heidenheimer Treffer und belohnte sich schon wenige Minuten demnächst mit einem Doppelpack. Erst war es Mittelfeldspieler Ex-Equiel Palacios, dem der Knotenpunkt gelang, 29., hier drehte Schick selbige Partie fast in dem Alleingang. Den Schlusspunkt setzte nur ein anderweitig Bayer handelnder, Kapitän Csaka Drosch den Ball per Traumtor unhaltbar für Heidenheim-Keeper Kevin Müller in den rechten Giebel, 82.